Gib den Kinderrechten deine Stimme. Ich bin Stefan Hirländer vom SK Sturm Graz und ich gebe den Kinderrechten meine Stimme. Du machst gerne Musik oder singst gern? Dann bewirb dich jetzt mit deinem Song zum Thema Kinderrechte beim Kinderrechte Song Contest 2022. Alle Infos findest du auf kia-steiermark.at Und jetzt bist du an der Reihe. Schick uns deinen Song zum Thema Kinderrechte. Ganz egal um Solo, als Band oder als Schulklasse. Einzendeschluss ist der 30. Juni 2022. Alle Infos gibt es jetzt auf www.kia-stmk.at Gib auch du den Kinderrechten deine Stimme.